So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke, eine neue Infofolge. Ich lag gerade so im Bett, hab gerade so eine Aldi-Doku geguckt, hab geschwitzt wie sonst was, warte die ganze Zeit auf das mega extreme Unwetter, was heute angekündigt war. Bei uns nix, es ist einfach nur warm, kein Tropfen Regen, kein gar nix, leider. Jetzt muss ich ganz kurz aber mal hier das Giratina-Maskottchen noch einblenden, bevor ich es wieder vergesse. Und dann gucke ich in den Fan-Chat rein und sehe, da wird schon wieder sich das Maul zerrisen über das neue Event. Und nur durch den Fan-Chat in der Telegram-Gruppe, Grüße geht raus an den Fan-Chat, habe ich jetzt mitgekriegt, dass das nächste Event angekündigt wurde. Taucht beim neuen Event dunkle Flammen in die Dunkelheit ein oder lasst euer Feuer auflodern. Hier haben wir ein super geniales Bild mit einem Lava-Fluss, allem drum und dran. Ihr seht Mega-Zubiris, ihr seht irgendwas anderes, was ich nicht kenne, was neu ist. Passend dazu habt ihr jetzt den roten Hintergrund bei mir. Und wir lesen euch jetzt mal vor, was es hier geht. Trainer, zu eurer linken toben lodernde Flammen. Zu eurer rechten wartet ein endloser Tunnel aus Dunkelheit. Ihr müsst euch entscheiden, werdet ihr Feuer- oder Unlicht-Pokémon herausfordern? Werdet ihr das Feuer schüren oder wird die Dunkelheit euch verschlingen? Beim neuen Event dunkle Flammen könnt ihr in Pokémon Go euer Schicksal bestimmen. Wilde Feuer- und Unlicht-Pokémon erscheinen vermehrt und auch bei Raid-Kämpfen könnt ihr diesen Pokémon häufiger begegnen. Zudem erscheinen das Feuer- und Unlicht-Pokémon Tortunator, das knallkröte Pokémon zum ersten Mal bei Raid-Kämpfen in Pokémon Go. Mit etwas Glück begegnet ihr sogar einem schillernden Exemplar. Das würde ich in der Zeile jetzt erstmal mit Shadrago gleichsetzen, weil Shadrago gab es ja dann auch. In den Raids konnte man raiden, um das als Shiny zu bekommen. Damals noch Raids für Zuschauer, gute Zeiten, richtig toll. Jetzt also auch wieder so ein Teil in den Raids. Shiny-Hand, teuer oder auch nicht. Aber hier gibt es einen kleinen Clou, den seht ihr weiter unten. Ihr müsst nämlich gar nicht raiden. Aus der Dunkelheit taucht außerdem das Geist- und Unlicht-Pokémon Mega-Zobiris auf. Das Finsternis-Pokémon, das zum ersten Mal bei Mega-Raids in Pokémon Go erscheint. Ich freue mich immer über neue Mega-Raids, dass ich wieder ein Pokémon habe, was ich dann auf Stufe 3 bringen kann. Wo ich natürlich auch wieder einen Community-Raid machen möchte. Vielleicht auch Raids für Zuschauer am ersten Tag, wo das Ding erscheint. Je nachdem, wann das ist. Hier steht Donnerstag. Gut, das würde passen, dass man da an einem Donnerstag mal Raids für Zuschauer macht. Für die Leute, die Hilfe brauchen, mal Energie für so ein Teil zu sammeln. Wann geht das Ganze jetzt aber los? Dunkle Flammen. Donnerstag, 29. Juni, 10 Uhr. Bis Sonntag, den 2. Juli, 20 Uhr. Und das ist gefühlt einfach nichts. Was ist das denn? Ein Event, was am Donnerstag startet und am Sonntag schon wieder vorbei ist. Das ist relativ kurz. Ihr habt gefühlt nur das Wochenende dafür Zeit. Aber vielleicht bleibt Tonunator dann trotzdem auch in den Raids. Ich meine, Shadrago, ich will immer Sharknado sagen. Shadrago ist ja trotzdem immer wieder mal in den 3er-Raids gewesen. Konnte man raiden, 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 raiden. Und nicht nur bei dem einen Event, wo es eingeführt wurde. Pokémon-Debüt. Das knallkröte Pokémon. Tortunador erscheint zum ersten Mal bei Raidkämpfen. Mit etwas Glück könnt ihr einem schillernden Exemplar begegnen. Wie das Shiny aussieht, weiß ich gerade gar nicht. Mega Zubir ist auch das erste Mal da. Meistens reicht sowieso ein Raid. Dann habt ihr die Energie zusammen. Könnt ihr es dann entwickeln. Ich würde wieder gucken, dass ich ein männliches, ein weibliches entwickle. Ein Shiny und ein 100er. Am besten kombiniert weibliches Shiny und männliches 100er. Dass man also nur 2 entwickeln muss und alle auf Stufe 3 Mega Raid dann bringen. Wilde Pokémon. Jetzt wichtig für euch. Ich finde schön, dass das alles in so einem roten Design ist. Die folgenden wilden Pokémon erscheinen häufiger. Wulpix. Hunduster. Pfiffien. Galazickzacks. Kaniwania. Kamaup. Skunkapu. Lichtl. Flamjau. Mit etwas Glück auch Hundemon und Zubiris. Ich würde niemanden raten, wenn ihr noch ein gutes Zubiris braucht, da 1000 Mega Zubiris-Rates zu machen. Wenn im Event Zubiris sogar wild erscheint und ihr da die Möglichkeit habt, Bonbons zu farmen und ein gutes Exemplar abzustauben oder durch gezieltes Tauschen noch ein gutes rauszukriegen. Wulpix. Unspektakulär. Hunduster. Ja, vielleicht. Da hat er auch Mega-Entwicklung. Hier Mega-Hundemon und so weiter. Pfiffien braucht man, glaube ich, nicht. Galazickzacks. Vielleicht hier Barrikadax oder so. Kaniwania braucht man, glaube ich, auch nichts weiter. Kamaup hat nochmal eine Mega-Entwicklung irgendwann. Skunkapu. Lichtl. Sehr genial. Hat aber auch schon Seeday gehabt. Ist auch schon sehr oft da gewesen. Flamjau. Passt jetzt zu dem Event. Kann aber noch nicht Shiny sein. Wird sicherlich irgendwann sein Seeday auch bekommen. Also für mich Highlights eigentlich Lichtl. Lichtl-Bonbons sammeln noch ein bisschen. Wer noch kein Shiny hat. Ist aber auf jeden Fall ein super cooles Pokémon dann. Oder Flamjau-Bonbons jetzt schon mal sammeln. Aber ach, könnt ihr das auch zum Seeday irgendwann machen. Raid-Kämpfe. Stufe 1. Sneeble. Flampion. Zurokex. Kapuno. Kapuno hat auch sein Seeday gehabt. Flampion war auch schon so oft da. Genauso wie Sneeble. Zurokex war jetzt noch nicht so oft da. Aber dafür Raiden. Ich meine, man kann mit Irokex in GBL ein bisschen was machen. Wenn ihr jetzt nicht so GBL spielt, ist hier, glaube ich, auch nichts dabei. Kann auch alles Shiny sein. Also Zurokex. Zurokex Shiny zu Raiden im Einer hätte für mich wieder einen Anreiz mit den kleinen Accounts. Ansonsten Einer-Raids finde ich eher langweilig. Die wilden Spawns finde ich jetzt eigentlich auch nicht so krass. Außer halt Leute, die Flamjau-Bonbons noch brauchen. Oder halt ein paar Lichtl. So, Stufe 3 Raids. Alola Knocker, Flamara nach Tara, Tortonator. Tortonator? Neu. Müsste jeder theoretisch Raiden. Wer einen Shiny jagen will, kann das gezielt tun bei Raids, wenn er einen Raid sieht, dass er genau weiß. Ich mache einen Raid und kriege dann so ein Ding raus. Wie viel man da wieder braucht für das Shiny, steht wieder auf einem anderen Blatt. Alola Knocker hat ja auch seinen Raid-Day gehabt. Flamara nach Tara. Braucht man nicht Raiden. Kann man so entwickeln. Also Stufe 3 Raids, Tortonator. Interessant. Raids der Stufe 5, Heatran. Habe ich schon mehrere hundertprozentige, habe ich auch schon auf 50 hochgezogen. Ist trotzdem ein cooles Pokémon, wie ich finde. Was man natürlich auch im Duo sehr leicht bezwingen kann. Wir haben uns damals immer unsere Sumpex-Armee genommen mit Bodenattacken. Für mich Heatran, komplett uninteressant. Brauche ich eigentlich gar nicht raiden. Könnte theoretisch meine täglichen Raid-Passe dann immer für Tortonator verbrauchen, um da auch ein bisschen die Champion-Medaille noch hochzupuschen. Schauen wir mal. Lava Sturm. In Proto-Raids Gefangene. Heatran beherrschen die Lada-Attacke Lava Sturm. Wieso steht jetzt hier Proto-Raids? Das sind doch legendäre Raids der Stufe 5. Jetzt steht hier in Proto-Raids Gefangene. Das muss ja wohl ein Fehler sein. Es kriegt auf jeden Fall auch eine neue Event-Attacke. Lava Sturm. Trainer-Kämpfe 65 Schaden. Arena-Kämpfe, Raid-Kämpfe 75 Schaden. Ob das so gut ist, weiß ich nicht. Man könnte ja dem 100er auf 50 trotzdem diese neue Attacke geben, wenn man das möchte. Mega-Raids, Mega-Zubiris. Kann natürlich dann auch schillernd sein. Sieht cool aus mit diesem riesengroßen Diamanten. Event-Boni allgemein. 25% mehr EP für erfolgreiche Raid-Kämpfe. Trainer ab Level 31 erhalten ein zusätzliches XL-Bong-Bong für erfolgreiche Raid-Kämpfe. 3 zusätzliche Bon-Bongs für erfolgreiche Raid-Kämpfe. Team Gorocke drüben mit Feuer- und Unlicht-Pokémon erscheinen häufiger bei Pokestops. Rauch lockt mit größerer Wahrscheinlichkeit Feuer-Pokémon an. Täglicher Abenteuerrauch ausgenommen. Oder Rauch lockt Unlicht-Pokémon an. Und das wahrscheinlich hier drüben. Je nachdem, für welche befristete Forschung ihr euch entscheidet, erhaltet ihr einen der folgenden Boni eben. Geht ihr den Unlicht-Weg oder geht ihr den Feuer-Weg? Danach entscheidet sich, was der Rauch bei euch mehr anlockt. Verzweigte befristete Forschung steht nochmal hier. Es gibt eine befristete Forschung zum Event. Ihr könnt dabei zwischen Pfaden wählen, bei denen Feuer- und Unlicht-Pokémon im Mittelpunkt stehen. Schließt die Forschung ab, um einen Premium-Kampfpass 15.000 EP zu bekommen. Und einem Event-Pokémon zu begegnen. Der ausgewählte Pfad bestimmt auch, ob Feuer- oder Unlicht-Pokémon von Rauch angelockt werden. Pokémon bei Feldforschungen. Und jetzt kommt der Clou. Alola Mauzi, Alola Slimer, Alola Knogger, Magmar, Sneebel, Lichtl und Tortonator. Das heißt, ihr müsstet gar nicht Raid-Pässe ausgeben und kaufen und raiden für Tortonator. Ihr könnt das auch, wie Labras mit dem Schal zum Beispiel, was in Raids war, aber auch gleichzeitig in Feldforschungsaufgaben. Ihr könntet Questen für Tortonator, für das Shiny. Zum Glück haben sie es nicht noch in Eier gepackt. Das wäre ja wieder komplett random. Dann lieber Raids und Feldforschungen. Da kommst du besser ran, als wenn das in Eiern ist und total Glück haben musst. Sammler-Herausforderungen gibt es auch wieder. Da gibt es am Ende 5000 EP und 100 Mega-Energie für Hundemon. Also nicht für Zobiris, aber für Hundemon. Wer da noch was braucht, kann das auch mitnehmen. Ja, das Design hier finde ich eigentlich sehr cool. Ich freue mich auf Tortonator. Ich freue mich auf Mega-Zobiris. Und das war es eigentlich. Also sieht erst mal gut aus, aber so extrem spektakulär und krass finde ich das jetzt nicht. Was sind eure Highlights? Auf was habt ihr Bock? Ich werde gucken, dass ich ein Shiny Tortonator bekomme. Und ansonsten kann ich es hier gemütlich angehen lassen mit ein paar Mega-Zobiris-Rates. Da eben meine Mega-Sammlung zu vervollständigen mit männlich-weiblich, Shiny 100 und so weiter. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Jetzt erst mal hier den Ausknopf suchen. Durchfall, Mann. Ich weiß nicht, wie ich gerade drauf komme.